Giovannis Trading Chancen am Freitag, 7. Juni. Glückwunsch an diejenigen, die gestern die Long Trades im Euro und im Euro-Yen gemacht haben. Die sind schön aufgegangen. Ansonsten DAX-Ausblick natürlich heute. Den habe ich für euch vorbereitet. DAX gestern dann doch volatiler als erwartet mal wieder. Grund dafür waren zahlreiche News. Ja, ein bisschen was zu den Devisen habe ich auch noch. Und die ein oder andere Aktie auf der Watch. Schaut euch das vollständige Video an, indem ihr euch für Giovannis Trading Chancen registriert.